Hallo, wir sind das Duo Nummer 18. Ich bin die Camille, ich komme aus München und bin Pianistin. Servus, ich bin der Fabian, ich komme auch aus München. Ich studiere Gesang in London gerade und so haben wir uns dann auch kennengelernt, obwohl wir weiter aus München kommen. Und da ist die erste Frage, wann unser erstes gemeinsames Konzert zusammen war. Unser erstes gemeinsames Konzert war eigentlich eine Prüfung und zwar meine Abschlussprüfung in London. Da hat der Fabian netterweise für mich gesungen und unser erstes richtiges Konzert war dann in München im Steinway Haus und da hatten wir auch ganz viel Wolf und Schubert dabei. Wie bist du denn mit dem Lied in Kontakt gekommen? Also bei mir hat es früh angefangen mit der Zeit im Tölzer Knabenchor und habe danach direkt weitergemacht und mein erster Gesangslehrer danach hat mir eigentlich die Klassiker des deutschen Liedes als erstes Buch zum Kaufen aufgegeben und so bin ich direkt reingeschmissen worden und habe natürlich da viel Schumann, Schubert, aber auch Wolf schon angefangen. Ja und wir freuen uns sehr auf unsere Auftritte, hoffentlich mehrere und viel Spaß! Duo Nummer 18!